Da drüben ist das Rathaus. Ja, wir müssen da irgendwie durch. Das hier soll das Stadtzentrum sein? War es. Jetzt ist es nur noch Brachland. Ja, okay, dann gehen wir mal hier weiter. Ich glaube, hier lag irgendwo was. Hier oben drin. Nein. Nein, hier war doch nichts mehr. Okay. Ich hatte gedacht, da lag was. Hier drüben. Na. Hier nochmal nachsehen. Also wie gesagt, man muss sich hier wirklich viel umschauen. Hast du da was gefunden? Nein. Da oben hängt was. So weiter. Deswegen ist das eine Anähe. Ich denke nicht, dass ich alles gefunden habe. Jetzt versuchen wir mal ein Ding hier abzuwerfen. Geil hat sogar direkt beim ersten Mal geklappt. Ich glaube, den habe ich nämlich letztes Mal auch nicht gefunden. Da wäre ich glaube ich so nie drauf gekommen, dass die Dinger auch in den Bäumen hängen können. Aber gut, jetzt wisst ihr was? Ich würde mir gerne mal die Nachricht anschauen, was der gute DC-Man mir geschrieben hat. Weil er wollte mir auch nochmal ein bisschen was helfen bei meinem Vorhaben mit dem Audio von den Party-Mitgliedern. Oh, da liegt eine Leiche. Aber scheint auch tot zu sein. Also ganz tot. Und tote Leichen sind mir die liebsten. Er wurde zerfetzt. Ja. Die Leiche ist noch frisch. Ist das schlecht? Ja, vielleicht. Trödeln wir nicht rum. Oh, ob da zu schlecht ist. Ich meine, gut wird es nicht sein, wenn ein Mensch zerfetzt wird. Ja, und da hinten zu dieser gelben Kuppel müssen wir hin. Das ist unsere... Unser Ziel. Fürs Erste. Ist nur... Das Problem ist gar nicht mal so leicht, das Ding zu erreichen. Ja, hier liegen auch wieder Kugeln. Noch einer. Mist. Feldeinsatzprotokoll. Äh, Feldeinsatzprotokoll. Lesen. Feldeinsatzprotokoll. M254E. 18.08 Uhr angekommen. Punkt 2438A. Negativer Kontakt bei LZ. Bewege Patrouille nach Westen Richtung Zentrum. 21.00 Uhr negativer Kontakt. 22.00 Uhr 18.00 Uhr scheißnegativer Kontakt. 23.00 Uhr 12.00 Uhr. Soldat Adwarta meldet Sichtkontakt, Geräuschkontakt. Kor-Di-Zep-Infizierte zweite Stadium bei eingestürztem Bürogebäude. Unterwegs für Untersuchung. Hier geht, hier geht. Hier sind schon, äh, Kor-Di-Zep-Infizierte Stufe 2. Also, Zombies Stufe 2. Äh, Kor-Di-Zep, das ist der Virus. Ähm. 23.40 Uhr, mehrere infizierte Kontakte, Soldatenart, Warta, Schar, Kolidech, Kolidech, was ist das für ein Name, Alter? Vermisst, Angriff im Gebäude, Inneren, aufgehalten, Erwarten, Evakuierung, okay. Oh, unsere Batterien sind leer, dann müssen wir den Kontrollern, wenn sie sich schiffen. Ja, heißt, hier rennen gleich infizierte rum. Und das schon Stufe 2. Jetzt weiß ich nur nicht, ja, hier oben ist zu, also liegt hier oben wieder was versteckt. Da haben wir ein bisschen Klebeband und eine Schere. Okay, ich mach jetzt wieder runter hier. Oh Gott, verdammt, Klicker. Okay, hier ist ein Klicker. Ja, auf die Viecher freue ich mich natürlich auch wieder ungemein. Klicker hasse ich nämlich wie die Peste. Sieht so aus, als würde gleich alles einstürzen. Ja, Pillen und Scheren auch immer wieder gern gesehen, gutes Zeug. Kopf runter. Nichts passiert. Alles ist total okay. Naja, total. Alles easy, Alter. Die ist bestimmt auch auf Pillen. So, hier haben wir noch Klebeband und Schere. Haben wir hier noch was? Nein. Gut, dann gehen wir weiter hier durch die Tür. Hilf mir hier mal. Ja, mach mal. What the fuck? Verpiss dich. Schwinde. Altes Mistvieh. Danke. Mistvieh. Suchen wir Vorräte. Okay, vier. Scheiße! Kugeln nochmal. Oh, das war heftig. Ich weiß gar nicht, ich muss mal die Waffen noch nachladen. Machen wir lieber jetzt. Wer weiß, was kommt. Ich hab nämlich keinen Bock auf nochmal so'n... äh... Gastauftritt, auch so'ne Überraschung. Von so'n Klicker angesprungen zu werden. Äh, ja, wir haben jetzt gerade ein bisschen Alkohol gefunden. Hier, verarzt du dich. Ja, genau, die haben wir nicht. Oh, naja, Rezept. Ah, okay, wir können jetzt ein Medic bauen. Das tun wir direkt. Äh, ja, für Medic brauchen wir, wie ihr gesehen habt, äh, Lumpen und Alkohol. Ähm, wir heilen uns auch direkt mal. Lumpen und Alkohol brauchen wir für die Maddox, für, ähm, die Messer brauchen wir Klebeband und, äh, Scheren. Äh, und dann kommt später noch mehr Stuff, was wir bauen können. Machen wir, dass wir hier wegkommen. Äh, wir haben es noch gleich hoch. Oh, hier vorne war nur eine Tür. Ja, diese Türen sind immer wichtig, ähm, es gibt bestimmte Türen, die sind abgeschlossen. Die können wir aber mit unserem Messer aufbrechen. Ähm, in den meisten Fällen, sag ich mal, ähm, hat man das Glück, dass das Messer, was man einsetzt, hinter den Türen wieder, quasi wieder bekommt, beziehungsweise dann Material dafür, dass man sich das Messer wieder neu bauen kann. Oder direkt in der näheren Umgebung findet man dann die dementsprechenden Sachen, die man dafür braucht. Ähm, also ich würde, ja, ich würde bis jetzt eigentlich jede Tür, die ich finde, die ich mit einem Messer aufmachen kann, würde ich immer wieder mit einem Messer aufmachen. Denn, wie gesagt, äh, eigentlich, in der Regel, sag ich mal, findet man sofort, ähm, die Materialien für das verbrauchte Messer dann, äh, in der näheren Umgebung. Oder, wenn nicht sogar direkt in der Tür, die man damit aufmacht. Oder in diesem Raum. Und, äh, da sind sonst immer neue Sachen drin. In den meisten Fällen. So, haben wir hier noch was in der Schublade? Nein. Da ist auch nichts mehr. Okay. Da oben. Scheiße. Oh, da hängt einer. Der chillt ne Runde. Der hängt ne Runde ab. Aber der sieht noch ganz gut aus. Recht freshi. Mal sehen, ob's da weitergeht. So, heben wir die gute Tess mal hoch. Sicher. Komm schon, Ellie. Gut, Kleine, du bist dran. Jetzt, Ellie. Ich muss wieder warten. So, dann hol mich mal hoch hier. Oh, Mann. Ich mag die Fiecher nicht. Ja, die kann man auch töten. Aber, extrem schwierig und ziemlich riskant. Deswegen werden wir jetzt versuchen, die nur, ähm, wegzulocken. Was wir uns dran vorbeischleichen können. Weil mein Auge juckt, leider. So. Da können wir raus, über das Gerüst. Ja, komm, du klickerschwein. Dann hol mal da hin in die Ecke. Da ist der Backstein. Scheiße, der ist weg. Irgendwann noch einen. Da ist ein Medic. Flasche haben wir, oder da haben wir einen Backstein. Okay. Glauben nicht, dass wir was übersehen haben. Aufhören wir hier hoch. Weg von den Klickern. Die Schweinebiester. Ich glaub, das war's. Ellie, alles klar? Ist noch ein Toter. Ich sag die volle Hose. Und ein Medic. Alles klar. Das ist immer ein schlechtes Zeichen. Wenn man so viel Zeug findet. Ähm. Ach so. Ich glaub, ich muss jetzt hier rüberhüpfen. Jupp. Oh, Moment. Das Ding hier rausziehen, dass die Dallies da runterkommen. Bitte, die Damen. So, Dallies. Naja, also der gute Joel ist dann trotzdem noch immer in Gentleman. Egal, wie scheiße die Welt auch ist. Man muss trotzdem in Gentleman bleiben. Ja, komm, spring da jetzt auf. Ja, und bei mir schmiert das Ding wieder ab. Ne? Ich hätte schwören können, das Ding schmiert ab. Ja, nicht, aber das Ding jetzt. Komm, mach zackig. Die will ja auch runter. Und zwar leben. Los, nicht runterschauen. Alles okay. Wir müssen da durch. Oh je. Okay. Das hätten wir auch. Hier haben wir nochmal einen neuen Holzprügel, aber unser ist auch so voll. Also brauchen wir den nicht. Ähm, ich schaue jetzt mal nach oben hier nochmal. Weil nach oben habe ich mich noch nie abgesichert oder beziehungsweise habe nach oben noch nie geschaut, ob da noch Sachen versteckt sind. Ah. Wir haben eine neue Waffe. Den Revolver. Mit Steuerkreuz wählst du deine Waffen. Ah, okay. Du kannst mehr Waffen mitnehmen, als du Halfte hast. Okay. Zusätzliche Waffen werden in deinem Inventar abgelegt und können gegen eine ausgerüstete Waffe ausgetauscht werden. Wähle eine Waffe zum Austauschen aus. Halte hier X gedrückt, um dein Inventar aufzurufen. Schalte durch. Schalte durch das Inventar, bis sich deine gewünschte Waffe im Ausrüstungsplatz befindet und lasse dann X los. Alles klar. Haben wir gecheckt. Tun wir direkt mal eben. Na? Meine Batterie ist leer. Hallo, ich schüttel doch hier. Was ist los? Hä? Ich glaube, weil das noch nicht so ganz... So, X. Ach. X. Hallo, was macht der denn jetzt hier, Junge? So. Ah, jetzt geht's auch. So, aber ich möchte gerne meine 9mm weiter behalten. Machen wir nicht mehr Schuss für. Ich sehe mir das an. Wir sind nicht gleich bei den Mädchen. So, Runner haben wir hier. Jede Menge, und ich habe auch noch einen Klicker gehört. So, Leute, ähm... Ich würde mich jetzt hier aber an der Stelle erstmal verabschieden. Ähm, eine kleine Pause machen. Vielleicht schiebe ich jetzt nochmal eine Runde Paragon zwischen, die ich jetzt erstmal aufnehmen werde. Ähm... Ja, wir haben bis jetzt, ähm, hier in The Last of Us schon mal herausgefunden, beziehungsweise von der Story folgendes mitgekriegt, dass wir, ähm, halt jetzt mittlerweile wohl Schmuggler sind und uns Waffen geklaut worden sind. Und, ähm, als wir die Waffen wiederbekommen wollten und den guten Robot dann mal ein bisschen bearbeitet haben, äh, sind wir quasi von dem einen Auftrag direkt in den nächsten gerutscht. Und zwar, ähm, müssen wir jetzt Ellie zu den Fireflies bringen. Ellie ist ein infiziertes Mädchen, ähm, was, ja, halt infiziert ist. Und, ähm, wir sind gerade auf dem Weg, um die Ellie zum Rathaus zu bringen. Ähm, und was weiter demnächst passieren wird, werden wir erst in der nächsten Folge erfahren. Ich sag, bis dahin, ich bin raus. Wenn's euch gefallen hat, lasst mir ein paar Likes da und, ähm, tobt euch ein wenig in den Kommentaren aus und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein, Leute. Tschüss.